Hallo Leute, auch für euch und zwar, was ich hier für euch habe, Leute, ich habe schon mal einen Duft von der Marke präsentiert, ich mag die Marke sehr, die machen nicht alle, die sind gut von denen, aber wenn die mal einen raushauen, dann ähnelt der wirklich sehr, sehr stark dem Original, zum Beispiel habe ich schon mal von Creacion Lamis, habe ich auch schon den Amigo vorgestellt, der ja den Cocorico so gut ähnelt, ja, und der Cocorico, der gibt es ja nicht mehr auf dem Markt und die sind eine der einzigen, die wirklich so perfekt den fast gleich machen, ja, dass er zu 90% ähnelt und genauso auch natürlich Galant, aber Galant ist ja, der Instante Galant ist ja ein eigenständiger Duft, der mir ähnelt dem Cocorico, aber wie gesagt, Amigo von Cat Suite ist definitiv identisch zu 90%, dann zu Cocorico von Jean-Paul Gaultier und hier haben die einen Duft von Jean-Paul Gaultier kopiert, ein Dupe gemacht, Leute, der genauso zu 90% identisch ist, für 10 Euro erreicht ihr 100ml und ich spreche von Jean-Paul Gaultier Classic, ja, für Damen, und Leute, Cat Suite, ja, Creacion Lamis, Creacion Lamis, Cat Suite for Woman, Leute, das ist der perfekte Dupe von Jean-Paul Gaultier Classic in dem untersten Preissegment für wirklich, wirklich gute Qualität, ja, also gute Qualität, nicht die höchstbeste Qualität, wie Nischendüfte oder sonst noch wer, ja, aber ich finde hier nichts Synthetisches rausstechend, wenn ich den Original Classic hier drauf sprühe und den Lamis hier drauf sprühe, dann haben die 90% identisch, ist der 90% identisch zum Original, Leute, ich habe den gesprüht vor 4 Stunden hier, der duftet immer noch, Bomba, 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 10 Euro, 100ml, den müsst ihr haben, die Ingredienzen hier sind Weltklasse, der ist süß, blumig, pudrig, okay, über die ganze Saison übertragbar, ich würde den vielleicht jetzt nicht im Sommer tragen, sondern eher im Winter und Herbst, höchstens vielleicht im Frühling, wenn es halt ein bisschen kälter ist, aber an warmen Tagen würde ich den nicht tragen, die Ingredienzen hier, Leute, hier ist Mandarine, Orange, Rose, Anis, Iris, ja, das macht es ja schön pudrig hier, Ingwer, Lang Lang ist drin, Amber, Moschus und Vanille, Leute, für 10 Euro, 100ml, das ist ein Blind Buy und ihr werdet den mögen, testet ihn und sagt mir Bescheid, was ihr davon haltet, mich würde das echt interessieren, der ist klasse, super günstiger, cheapy, Kreation, Lamis, CatSuite for Woman, Ciao Belli! Vielen Dank! Vielen Dank!